Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und Stabilus finden Sie fast überall, wenn es ums Heben, Senken, Dämpfen, Bewegen, Öffnen und Schließen geht. Seit über 75 Jahren produziert Weltmarktführer Stabilus Gasfedern und Schwingungsdämpfer in mehr als 15.000 Varianten, derzeit jährlich über 125 Millionen. Unser Ziel, kinematische Abläufe optimieren, Anwendungen noch komfortabler, effektiver und einfacher im Handling zu gestalten. Stabilus ist in fast allen Autos, Nutzfahrzeugen, Drehstühlen, Möbeln, in vielen Bereichen der Medizintechnik und zahllosen weiteren industriellen Anwendungen zu finden. Stabilus produziert rund um den Erdball. Durch unser weltweites Vertriebs- und Servicenetz finden Sie einen persönlichen Ansprechpartner garantiert auch in Ihrer Nähe. Unsere Mitarbeiter können Sie jederzeit und an jedem Ort weltweit optimal beraten und individuell unterstützen. Was Stabilus international einzigartig macht? Wir entwickeln und bauen unsere Fertigungsmaschinen, die wir weltweit einsetzen, im deutschen Mutterwerk selbst. Ebenso schulen wir die Mitarbeiter eingehend im Stammhaus in Koblenz am Rhein, bevor die Fertigungslinie, wie hier zum Beispiel die Power-Rice-Produktion, am neuen Standort wieder aufgebaut wird. Mit den perfekt ausgebildeten Experten können wir so weltweit eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Jedes Produkt ist ein speziell gefertigtes Stück. Innovative Prozesssicherheit gewährleistet Langlebigkeit und zuverlässige Funktionen. Branchen wie die Automobilindustrie erwarten maximale Qualität und hundertprozentige Zuverlässigkeit. Weil wir das garantieren können, sind wir ein international gefragter Partner. Eine unserer etablierten Innovationen sind die automatischen Power-Rice-Antriebe für Heckklappen und Heckdeckel. Die Besonderheit ist die Kombination aus Antrieb und Gasfeder zum sicheren Öffnen, Schließen und Stoppen in jeder Position. Und das Ganze per Hand, per Knopfdruck oder per Fernbedienung. Für uns ist nicht nur der Qualitätscheck jedes Einzelstückes, sondern auch die ständige Überprüfung der Fertigungsgenauigkeit während der Produktion eine Selbstverständlichkeit. Wir überlassen nichts dem Zufall. Standardisierte Qualitätsvorausplanungsprozesse in Produkt- und Prozessentwicklung werden bei uns konsequent angewendet. Stabilus ist ein zuverlässiger und ideenreicher Partner für jeden Auftraggeber. Weltweit. Um den hohen Anforderungen unserer internationalen Kunden gerecht zu werden, hat Marktführer Stabilus einen eigenen internationalen Einkauf, der für unsere Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe weltweit mit den leistungsstärksten Lieferanten in Bezug auf Qualität und Wirtschaftlichkeit zusammenarbeitet. Dabei ist das Thema Nachhaltigkeit ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensphilosophie. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zur Vermarktung unserer Produkte beachten wir selbstverständlich die Auflagen der Umweltvorschriften und verwenden proaktiv schonende Verfahren, um die natürlichen Ressourcen nicht zu gefährden. Bereits im Jahr 2000 hat Stabilus von lösemittelhaltigen Lacken auf wasserhaltig basierende Oberflächenbeschichtungen umgestellt, die mittlerweile wiederum auf Pulverapplikationen erweitert wurde. Umweltschutz hat für Stabilus hohe Priorität, weil es um die Erhaltung unserer aller Lebensgrundlagen geht. Stabilus arbeitet in allen Bereichen auf höchstem technischem Niveau. Das bedeutet nicht nur eine optimale und kontrollierte Fertigungsplanung und Auftragsbearbeitung, sondern für unsere Kunden auch individuelle Betreuung, höchste Qualität und Liefersicherheit. Unsere Ingenieure entwickeln mit modernsten 3D-CAD-Systemen optimale Lösungen für anwenderorientierte Wünsche. Mit unserer langjährigen Erfahrung stehen wir unseren Auftraggebern schon in der Konzeptionsphase und während des gesamten Fertigungsprozesses mit kompetenter Beratung, Musterbau und speziellen Prüfverfahren zur Seite. Erst dann geht das Enderzeugnis in die Serienfertigung. Das Stabilus-Management übernimmt nicht nur für die Produktion Verantwortung, sondern auch für die Mitarbeiter. Diese fördern wir durch Aus- und Weiterbildungsprogramme in der eigenen Lehrwerkstatt und außerhalb, sowie durch internationale Jobrotation. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter eigenverantwortlich arbeiten und so ihr Qualifikationspotenzial bestmöglich entfalten. Denn schließlich sind es die Mitarbeiter, also die Menschen, die Stabilus so erfolgreich machen. Wir leben von der Zufriedenheit unserer Kunden, unserer Lieferpartner und unserer Mitarbeiter. Für ihr Wohl geben wir alles, denn darin liegt das Geheimnis unseres Erfolges. Stabilus. Wir machen Technik komfortabel.